Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Oh und Epic, wir spielen heute eine Runde Mörder-Mystery. Das ist so cool! Oh ja, und hoffentlich werde ich diesmal mörder. Das wäre richtig doll nice. Dann könnte ich dich nämlich wegschnetzeln. Das darfst du nicht immer so sagen. Doch. Dann machst du das nämlich auch. Hm, Katja, weißt du was? Was denn? Ich werde jetzt Mörder sein. Ich bin unschuldig. Wer hätte es gedacht? Ich hatte auch nur 8% Mörderchance. Ich bin auch unschuldig. Ja, dadurch, dass du ihr gesagt hast, dass du es bist, egal was du machst, ich werde dich vielleicht wegschnetzeln. Vielleicht auch nicht. Nein. Aber ich versuche es. Katja, ich bin wirklich unschuldig. Bei mir steht in grün unschuldig. Aha, also nicht in Rotmörder. Nein, leider nicht. Der, 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 der wurde wegschnetzelt. Der wurde bei mir hinten wegschnetzelt. Ich kann mir... Der Bogen. Nee, warte, der Bogen. Hä? Da ist er, da ist er, da ist er. Hä? Ich glaube, ich habe den Bogen. Wo bist du denn? Ich habe den Bogen, aber ich glaube, da haben sich zwei gegenseitig weggeschnetzelt. Sicher? Ja, ja. Also du, nein, du hast den Bogen, oder? Ich habe den Bogen jetzt. Aber guck mal, da liegen zwei und ich glaube, der hat direkt einen weggeschnetzelt, deswegen. Oh, oh, das kann sich gar nicht gut. Oh, nice. Jetzt bin ich Detektiv. Jetzt musst du noch mehr Angst vor mir haben. Oh, jetzt wurden auch die Ersten weggeschnetzelt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier hinten passiert ist. Ich bin in der Mitte. Also bist du es. Nein. Hier ist Gold. Ja, hier für mich. Ich habe schon ein Gold, okay. So, Hallöchen. Moment mal. Hast du schon mal wen weggeschnetzelt? Nein. Hast du schon mal irgendwen weggeschnetzelt? Nein, noch nie. Du hast noch nie jemanden weggeschnetzelt? Nein. Das ist eine Lüge. Hier liegt einer. Ja, das war nicht von mir. Das Ding ist, wenn ich dir vertraue, dann in 80% gehe ich es bereuen. Aber wenn ich dir jetzt, naja, nicht vertraue und du es nicht bist, dann habe ich ja auch gelost. Das ist so ein bisschen schwierig. Also, ich kann dir sagen, ich bin es wirklich nicht. Also, das ist ja auch gerade kein weggeschnetzelt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was machst du mit Quatschi? Ich hänge wieder fest. Oh mein Gott, ich bin jetzt detektiv. Bitte nicht, bitte nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, das ist eine reine Katastrophe. Als ob ich jetzt hier wieder festhänge. Soll ich dich rausschieben? Ich kann nicht zielen. Als ob du es bist. Oh mein Gott. Bitte helft mir. Bitte. Kannst du dich bitte hier in meine Schussrichtung stellen? Ich kann nicht nach oben gucken. Ich kann nicht nach oben gucken. Doch, ich kann ein bisschen nach oben gucken. Wenn ich das schaffe, dann habe ich gewonnen. Bist du hier oben? Bist du da oben bei mir? Ich kann nicht gucken. Da hinten bist du. Oh mein Gott. Mir wird schlecht. Mir wird schlimmlich. Oh mein Gott. Das sieht so schrecklich. Epic. Ich kriege Kopfschmerzen. Bitte komm hier in meine Nähe. Du steckst hier zum zweiten Mal schon fest. Als ob. Vor allem, ich komme hier nicht raus. Als ob. Oh mein Gott. Das ist gerade so nervig. Das ist gerade so nervig. Ich gehe nie wieder hier hin in dieser Map. Was ist hier? Was passiert hier? Ich sehe gar nichts mehr. Oh mein Gott. Ich glaube, ich glitsche mich gleich wieder raus. Nein, ich mache gar nichts. Du hast mich von meinem Leiden befreit. Ach man. Moment mal. Oh, hat sich denn der letzte sicher versteckt insgesamt? Aua. Bitte hängen. Ach man. Epic. Ich sage mal so. Ich werde gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Oh mein Gott. Ich habe so. Epic war so 10 Sekunden Zeit. Das hast du verdient. Dadurch, dass ich hier rumgebackt bin. Du konntest mich wegschnetzen. Ich wusste, dass du es warst. Ich sollte auf mein Instinkt hören. 2, 1 und. Soll ich dir verraten, wo der letzte war? Wo? Der war hinter mir. Der war in der Ecke. Da. Da. Ach man. Was ist denn hier los? So ein Quatschmacher. Ach man. Das hat aber wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich bin unschuldig. Aha. Ich glaube, du hast dich da verblattet. Nein, ich bin unschuldig. Und ich habe ein Gold. Eigentlich hätte ich zwei Gold. Aber hier hat einer gerade mal vor meiner Schnauze. Die ist einfach weggeschnapst, Leute. Wurde jemand weggeschnetzelt? Ja, wurde. Aber keine Ahnung, wo. Doch, hier liegt einer. Ich glaube, im Schwarzen ist es. Ja, ja. Oh Gott. Renn weg. Das ist... Der ist gerade da in der Nähe vom Boot. Okay, okay. Ich glaube, der andere Seite. Hallo, ich bin bei dir. Der hat so einen ganz dunklen Skin. Der hat da jemanden hinten weggeschnetzelt. Also, ich glaube, zu 75 Prozent, dass es der ist. Er kommt zu uns. Er kommt zu uns, glaube ich. Warte, ich sehe ihn nicht. Warte. Ja, ja. Hä? Oh, ja. Das ist der. Das ist der. Nein, ich habe... Wo hast du weggeschnetzelt? Renn, Katte, rennen. Ja, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Oh nein, oh nein. Das ist der tatsächlich. Ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mich beeilen. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ich gehe hier hoch. Ich habe leider nur fünf Gold. Ich glaube, der schnetzelt hier wirklich alle weg. Ich glaube, der steht auch beim Bogen. Also, Bogen holen ist auch nicht drin. Oh, ich habe neun Gold. Bitte jetzt noch ein Gold. Dann könnte ich ihn vielleicht wegschnetzeln, wenn ich Glück habe. So und so. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Vor allem sind da noch fünf Leute übrig. Hallo Leute. Ach, da ist noch ein Gold. Das ist sehr gut. Okay, warte mal. Ich versuche mal irgendwie einen Angriff zu starten. Irgendwie. Guck mal. Ich glaube... Das ist der da hinten? Ja, das ist der, oder? Mit der Kappe. Oh, oh. Katja, pass bloß auf. Moment mal. Ich glaube, er ist hinter dir her. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, warte mal. Vielleicht kann ich ihn austricksen. Ja, ich habe ihn ausgetrickst. Eins auf. Oh, wie gut, Katja. Sehr nice. Ich bin ein Detektivfreund. Echt jetzt? Ich bin unschuldig. Wenn du wirklich Detektiv bist, dann zeig mir jetzt deinen Bogen. Ich schnetzel dich nicht weg, weil ich nicht kann. Ich kann es wirklich nicht. Bitte vertrau mir. Du kannst so lange warten, bis der Mörder einen wegschnetzelt. Wo bist du? Ich bin gerade im Häuschen drin. In welchem Häuschen? Ja, das ist noch ein... Da sind doch überall Mörder hier unterwegs. Katja, du bist der einzige Mörder, der hier unterwegs ist. Ich sehe mich schon direkt wegschnetzeln. Oh Gott. Hier, siehst du mich auf der anderen Seite? Ich glaube, hier ist einer einfach weggegangen. Ähm, ja, nee. Hier, hier, siehst du mich oben? Oh, da sehe ich dich. Hallo. Da, im weißen... Der ist es, der ist es. Der ist hier gerade. Oh Gott, der ist hier... Hallo, zu dir? Ja, der hat hier ein weißes Outfit an. Das ist der hier. Guck mal, der da. 200 Prozent. Ja. Oh, wie gut, Katja. Dankeschön. Sehr nice. Ah, nice. Ich bin Detektiv. Oh Gott. Oh Gott, ich kriege Flashbacks. Ich will nicht alles lösen. Flashback, du bist du. Ich will nicht nochmal, bitte nicht. Oh nein, ich kriege hier Angst. Warte mal. Hallo, wollen wir hier nach oben gehen? Geh du mal bitte da durch. Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Ich glaube, es gibt mehrere davon. Hast du wen weggeschnetzelt? Nein. Das warst du, oder? Ich traue mich da nicht hin. Als ob du da einfach durchspringen kannst. Ja, ich blumse durch. Ist hier oben einer? Liegt hier einer? Oh Gott, ich gehe da nicht lang, gell? Ich habe wirklich richtig Angst. Durch welches bist du durchgegangen? Ähm, keine Ahnung. Ja, ich bin durch das einfach... Bist du auf oder zu? Das war auf. Guck mal, ich gehe... Als ob... Nee, ich versuche das ganz sicher nicht nochmal. Also ganz ehrlich, das hat bei mir aufgehört jetzt. So, es wird schon einer weggeschnetzelt und ich habe einen Bogen. Und ich hoffe, du bist es nicht. Guck mal. Nein, 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 nein. Ja, du bist Detective von Kata. Das ist der Grund. Okay, Kata. Außer du bist Mörder, dann bin ich es nicht. Ich laufe vorne dran her. Da liegt jemand. Oh, oh. Hast recht. Warte mal. Ich laufe vorne dran und dann werden wir sehen, wer der Mörder ist. Ähm. Da oben stehen zwei. Ich vertraue hier gar keinem. Das Gold, das Gold, das Gold. Da liegt... Da ist auch einer auf der Palme. Da hinten war ein Steve, habe ich gesehen. Okay. Und es ist keiner weggeschnitzelt. Ach, du vor der Straße. Hm. Oder du bist es halt doch. Wenn ich dir wieder... Wenn ich dir wieder vertraue, ist es echt peinlich und du bist. Ich bin es wirklich nicht. Ich bin unschuldig. Ähm. Gewonnen. Nice. Wenigstens habe ich jetzt einmal gewonnen. Naja, bis zum anderen Mal habe ich auch gewonnen. Aber jetzt richtig. Ach, ich bin unschuldig. Ich hatte 18% Mörderchance. Ich dachte, das wird besser. Ich bin auch unschuldig. Oh. Und zack, dann sammle ich hier das Gold ein. Oh, sehr cool tatsächlich. Hallo Kata. Und warte mal, ich habe schon fünf Gold. Wie viel hast du? Ich habe drei. Und du bist unschuldig. Ja, klar. Wie immer. Ah ja. Wie immer. Ich war noch fast nie Mörder. Fast nie? Ja, noch fast nie. Also fast immer. Nein, fast nie. Doch, ich habe das jetzt so verstanden. Also bist du diesmal auch Mörder. Äh, ich habe immer hier oben Angst, dass ich weggeschnitzelt werde. Oh, ey. Da wurde... Kata hat jemand weggeschnitzelt. Ich habe es ganz genau gehört. Hä? Ich war doch hinter dir. Oh. Äh? Das wusste ich nicht. Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Ich habe dich nicht gesehen gehabt. Hey, hier. Hier, oben. Oben was? Du. Nein. Wo? Der blaues Oberteil und rote Haare an. Nein, nein. Mütze, bin ich nur warte. Warte, warte, warte. Ich bin auch oben. Wo? Ja, okay. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier unten. Ich laufe hier rum. Ja, ich bin oben. Warte, der blaues Oberteil, rote... Warte, ich weiß nicht, wo du bist gerade. Ich bin hier unten. Also oben unten. Oh. Hm? Äh. Moment mal. Ähm. Hä? Kann ich mir den Detektivbogen holen? Nein. Ich check das nicht. Hier bist du. Ich kann da eher hier, hier, hier. Wer, wer? Der hat einen Stauser. Der da. Ach so. Wegstecken. Ach so. Okay. Der hat aber kein blaues Oberteil angehabt. Ja, ungefähr. Ach klar. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Und ich sammle jetzt zwei Gold. Den kann ich mir TNT holen. Und hier ein Kakteen wegschnetzeln. Das ist sehr gut. Hm. Ja, vielleicht stehe ich da auch rum. Hey. Zufällig. Gotcha. Hey. So. Wir können teilen. Und flipp. Okay, wir teilen das, ja. Mhm. Du bist kein Mörder, oder? Und willst mich danach wegschnetzeln? Mhm. Und es ist nur eine böse Masche, die du da durchziehst. Ich fass mich. Da hinten. Da hinten. Da liegt einer. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß auch nicht, wer es ist. Ich hab kaum Gold bekommen. Katja, vielleicht ist das im Blauen. Vielleicht ist das im Blauen. Oh Gott, rennen. Oh, ist nur noch 13 Leute übrig. Okay. Ich brauch noch drei Gold. Und dann hab ich einen Bogen. Das ist ja gut. Ja, ich brauch noch sechs Gold. Okay, okay. So und so. Und zack. Und ist hier vielleicht noch Gold in der Bank? Nein. Also da hinten wurde ja eindeutig einer weggeschnetzelt. Ja. Da. Hm. Ich hab keinen Bogen. Vielleicht gleich. Hm. Keine Ahnung, wer das war. Ich brauche Gold. Ich hab einen Bogen, Katja. Glückwunsch. Oh ja, okay. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer es ist. Der Mörder sein. Ich bin bei den Pferden gerade, aber hier sehe ich auch keinen Mörder insgesamt. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich hab das im... Wer? Der Blauen. Der Blauen. Ist es das Cookie Monster? Ist es das Cookie Monster? Stet sie weg. Stet sie weg. Ich hab... Ist es der Cookie? Ja, 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 ja. Oh, okay, warte mal. Ich hab nur 8 Gold. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, da passt mich auf. Wow, dass er mich aber nicht weggeschnitzelt hat. Der wollte mich, glaube ich, weggeschnitzeln. Er hat neben mir weggeschnitzelt gehabt. Bist du dir da zu 100% sicher, dass er es ist? Ach ja, okay. Ähm, dann gucken wir mal, wo der es ist. Moment mal. Wo ist denn der? Hallo, Cookie Monster? Hallo? Der hat da auf irgendeinem Ding geritten. Da hinten ist der. Ne, das bist du. Da oben ist er, da oben. Ist er, soll ich ihn weggeschnitzeln? Ja, ja, schnitzel sie weg. Oh. Ja. Alles klar, nein. Alles klar, du, es war's. Wolltest du, dass ich den Cookie Monster, den unschuldigen Cookie Monster, den Schnitzel? Ach man, das ist doch fies. Aber wie gut. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.